Hier sehen wir das LF 8.6 aus dem Löschbereich Eimernsdorf. Funkrufname ist Florian Conchans 8.42. Das Baujahr dieses Fahrzeuges ist 2001. Dieses Löschfahrzeug war erst im Löschbereich Altstadt stationiert und ist dann vor einigen Jahren nach Eimernsdorf stationiert worden und hat das Tordi LF 8 abgelöst. Das Fahrzeug hat zwei Besonderheiten und ist auch mit mehr Schlauchmaterial ausgerüstet. Dazu aber später mehr. Der Aufbau ist von der Firma Metz bzw. Rosenbauer und wurde auf einem Fahrgestell von MAN gebaut. Es wurde extra etwas niedriger gebaut, damit es wendiger ist und durch engere Gassen besser durchkommt. Die Bezeichnung LF 8.6 bedeutet, dass das Fahrzeug über eine fest eingebaute Feuerlösch-Kreiselpumpe verfügt. Diese kann bei einem Ausgangsdruck von 8 bar 800 Liter Wasser in der Minute fördern. Die 6 steht für einen fest eingebauten Wassertank, der ein Volumen von 600 Liter hat. Dieser ist auch immer befüllt. So, und jetzt geht's los. Hier ein erster Blick in die Kabine rein. Gleich hinter der Türe befinden sich zwei Handlampen, die von den Trupps mitgenommen werden können. Nun hier zu sehen die zwei Plätze des Angriffstrupps mit Schnellausrüster PA, damit sich der Trupp schon während der Fahrt ausrüsten kann. Auf der linken Seite im geschlossenen Zustand und rechts im geöffneten. Auf beiden Seiten befinden sich in der schwarzen Box die Atemschutzmasken, ein Leinbeutel mit Rettungsleine und eine Knickhandlampe. Hinter dem mittleren Sitz, also dem Platz des Melders, befinden sich die Sprechfunkhandgeräte, ein Ex-Warngerät, Fluchthauben und Türkennzeichnungsbänder. Unter der vorderen Sitzbank befindet sich die Atemschutzrettungstasche für den Sicherungsrupp, die Krankentage und eine Handsäge. Unter der hinteren Sitzbank befindet sich unter anderem der Feuerwehrverbandskasten, eine Rettungsdecke, eine Brechstange, Anschlagmaterial und ein Werkzeugkasten. So, jetzt beginnen wir mit dem Geräterraum 1. Dieser ist der erste auf der Fahrerseite. Fortführend werden wir dann gegen den Uhrzeigersinn die Geräteräume erklären. Im Geräterraum 1 auf der oberen Ablage links vier Ersatz-PA-Flaschen mit jeweils 300 Bar und daneben in den schwarzen Boxen wieder die Atemschutzmasken. Darunter vier PA-Geräte, die mittels eines Schlitten rausgezogen werden können und von den Trupps im Stehen angelegt werden können. Links daneben der Wassersauger mit Zubehör in der schwarzen Kiste. An der linken Wand von unten beginnen befindet sich erst das Halligentool, darüber das Standrohr für den Unterfluidrant mit Unterfluidrantenschlüssel und ganz oben die Feuerwehrachsen. Im Geräteraum 3 befinden sich 12 B-Druckschläuche, 3 B-Schlauchtragekörbe. Am ersten befindet sich eine Stahlmulde zum Auffangen von Flüssigkeiten oder Transportieren von heißen Materialien. Neben der Mulde im Fach ist das Schlauchpaket verlastet, darunter der Schnellangrissverteiler. Auf der Geräteraumrückseite befindet sich der Pumpenbedienstand. Zuerst einmal von oben vier Saugschläuche, darunter von rechts zwei Kugelhähne für den Oberfluidrant, das Sammelstück und der Saugkorb, dahinter der Saugschutzkorb, eine Ventilleine und eine Halteleine. Darunter die Pumpe. Hinter der Pumpe befindet sich der eingebaute Wassertank. Links daneben der 5 Meter Schlauch zum Befüllen des Wassertanks und rechts daneben zwei Kupplungsschlüsse zum Kuppeln von Schläuchen und der Saugleitung. Nun die zwei Besonderheiten. Zum einen verfügt das Löschfahrzeug über eine Dynawatt-Anlage zum Produzieren von Strom. Dies kann man sich vorstellen wie der Dynamo am Fahrrad, der das Licht zum Leuchten bringt. So können wir unsere eigenen Strom produzieren und zum Beispiel die Tauchpumpe, den Wassersauger oder unsere Strahler mit Strom versorgen. Zum anderen hat das Fahrzeug eine Druckluftschaumanlage eingebaut. Die Bedienung folgt über das gelbe Tableau. In Konstanz haben nur zwei Fahrzeuge dieses System. Dabei kann Trockenschaum und Nasschaum erzeugt werden. Hierfür braucht man aber spezielles Netzmittel und spezielle Strahlrohre. Im Geräteraum 4 befindet sich oben links der Schnellangriff mit einem formstabilen Schlauch. Daneben nochmal zwei B-Druckschläuche und zwei C-Druckschläuche. Darunter hängen rechts die zwei speziellen Strahlrohre für den Druckluftschaum. Daneben ein D-, zwei C- und ein B-Hohlstrahlrohr. Darunter der Stützkrümmer und die zwei Schaumkanister mit dem speziellen Netzmittel für die Druckluftschaumanlage. Rechts neben dem Schaumkanister befindet sich eine TP8, also eine Taufpumpe, die 800 Liter Wasser pro Minute fördern kann. Ein D-Druckschlauch und ganz rechts die Halteleine zum Sichern von Gegenständen, wie zum Beispiel die Steckleiter am Balkon. Im Geräteraum 2 befindet sich im Vordergrund zu sehen der Elektrowerkzeugkasten und zwei Flutlichtstrahler mit dazugehörigem Stativ, um sie auch hochfahren zu können, damit man mehr ausleuchten kann. Rechts daneben dann drei C-Schlauchtragekorbe und darüber eine Kübelspritze mit D-Druckschlauch und davor ein ABC-Pulverlöscher. An zwei C-Schlauchtragekorben ist jeweils ein Hohlstrahlrohr angeschlossen. Auf der Rückwand befindet sich die Motorsäge mit Motorsägenhelm, Schnittschutzhose und der Kanister mit dazugehörigem Betriebsmittel, darunter zwei Kabeltrommel mit jeweils 50 Meter. Auf dem Dach des Löschfahrzeuges auf der linken Seite die vierteilige Steckleiter, darunter befinden sich zwei Besen, eine Schaufel und zwei Dunghaken. Vorne in der Box befindet sich das Öbindemittel. Auf der rechten Seite die dreiteilige Schiebleiter, darunter drei Schlauchbrücken, ein Einreißhaken und der Abkasschlauch. Hinten der schwarze ist noch ein Strahler, der auf dem Dach montiert werden kann zum Ausleuchten. So, das war die Vorstellung unseres LF86 aus Allmannsdorf. Ich hoffe euch hat's gefallen und bis bald!